Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey, ist das die DAX-Analyse für nun Freitag, den 18.03.2022 und damit nicht nur Geburtstag von meiner Frau Elisa, sondern es ist auch Verfallstag. Hexensabbat im, ähm, Hexensabbat im, ja, Markt steht da, ne, also es ist ja auf ganz, auf alle Indizes, äh, das rechnen am dritten Freitag im Monat, auch zum Beispiel in amerikanischen Indizes genauso, ne, rechnen auch mehrere Terminproduktgruppen einfach ab, ne, also sowohl die Futures als auch Optionen auf den DAX als auch Optionen auf Aktien und so weiter und durch dieses, ähm, Gemenge, was man ja an normalen Verfallstagen nicht hat, weil ja eben die Futures da nicht mit abrechnen, sondern die Futures wirklich nur alle drei Monate abrechnen, entspricht schon immer von einem Hexensabbat, ne, weil hat man einfach damals so die Kurse, ja, wie von Geisterhand tanzen, von Geisterhand deshalb, weil einfach zu einem Verfall, ähm, ein Zwang besteht und wenn wir uns unseren DAX heute angeguckt haben, dann hat der gar keinen Zwang gehabt, also der hat einfach nur auf seiner Flacke rumgelümmelt, auf seinem Flackenmasten sich einen abgehangen, guckt euch an, also so ungefähr kann ich mir unseren DAX heute vorstellen, so muss es sich angefühlt haben, so unten mal mit der Tatze vielleicht mal irgendwie ein bisschen dagegen gedrückt oder keine Ahnung, also, wir hatten gestern gesprochen, dass wir in der Flacke sind und die Flacke, wenn sie nach oben löst, durchaus hier 6,50, 6,60 in das Gap rein, öffnen kann vielleicht sogar ein bisschen mehr, haben hier oben uns die Kante angeguckt, haben unten drüber gesprochen und der 2,70, 2,50, wenn er da eben rauskommt, dass er dann ein bisschen vorwärts kommen kann, hat er aber nicht, hat er bloß dann rumgekratzt, ähm, kurz die Pfote draufgestellt und dann ist er jetzt erstmal in seiner, in der Spanne hier geblieben und auch in dem Muster, ne, es ist noch immer ein Korrektum, es ist noch immer eine Flacke, in der er aktiv ist, ähm, ganz viele erwarten jetzt von mir nochmal zum Verfall, wollen immer ganz viele, ja Martin, wo genau rechnet der jetzt der DAX ab, man muss das doch auslesen können, ähm, es gibt verschiedene Techniken, einfach im Open Interest zu gucken, kann jeder sich selber angucken, könnt ihr auf die Eurex-Seite gehen, sucht nach den DAX-Optionen, ähm, und dann die Put- und die Call-Liste für das Datum vom 18.03. und dann seht ihr, wo dort bestimmte, äh, Open Interest noch liegen, so eine riesen Tabelle sieht man dann, ähm, jede einzelne Option, ne, also eine Option für 14.000, 14.400, 14.450 und dann steht immer ganz rechts in der Spalte noch das Open Interest und da, wo großes Open Interest ist, sagt man immer, dass dort der Markt dann halt ein bestimmtes Interesse daran hat. Ich habe mich davon deutlich distanziert, mache das auch gar nicht mehr, biete das auch gar nicht mehr an, ähm, weil das in der Regel eher in die Irre führt und den Leuten auch nicht hilft, ne, also, habe noch nie einen gehabt, der gesagt hat, hey, Martin, cool, dass du das mit den Open Interests gemacht hast, äh, das hat mir irgendwie 200 Punkte gebracht, das ist nur mal ganz im Gegenteil gewesen, das haben immer alle gewollt, das wollten immer alles sehen und der Nachbarsgeschrei immer groß, weil es dann plötzlich einfach falsch sagt, hieß, na, was denn jetzt, der DAX sollte doch da und da abbrechen nach Open Interest, warum stehen mir jetzt 300, 400, 500, 600.000 Punkte davon entfernt, Martin, was hast du denn da für einen Quatsch erzählt, so in die Richtung und, ähm, deswegen gucken wir einfach gar nicht mehr drauf, weil, ich sag mal, die Open Interests, die kann ich nur auf eine Art und Weise analysieren, halt, ne, und, ähm, das heißt, ich kann bloß das vortragen, was dann tatsächlich auch steht, aber der Markt hält sich halt einfach ganz oft nicht dran, weil das eben nicht alles ist, was man dann in Eurex-Optionen sieht, es gibt auch ganz viel, ähm, Absicherungsgeschäft, die zum Beispiel auch Banken untereinander tätigen, ganz viel was, äh, over the corner, ähm, gar nicht, ähm, im, ähm, also im OTC-Handel gar nicht über die reguläre Börse läuft, sondern halt wirklich auch über niedrige Plätze, über Produkte, die nicht angeboten sind und das Grundprinzip, was man wirklich verstehen muss, ist, dass zu dem Verfallstag, ähm, Produkte abrechnen, wo Leute zum einzigen Zeitpunkt im Monat ein fixes Preisniveau zu einer bestimmten Uhrzeit brauchen, ansonsten kannst du ja jeden Tag überlegen, wann gehst du raus, wann gehst du rein, baust du auf, baust du ab, aber beim Verfall ist es halt wirklich ein fixer Zeitpunkt zu dem Position abrechnen, ja, das heißt, die, danach kannst du die nicht mehr handeln, ne, und auf dieses, verwechselt das bitte nicht mit Optionsscheinen, ne, das ist was, das ist ein ganz anderes Thema, das ist ja Retail-Geschäft, ähm, da, da gibt's Optionsscheine, die enden morgen, die enden 14 Uhr, die enden 15 Uhr, die enden am Ende des Tages, dann welche, die enden übermorgen, das hat aber wirklich damit nichts zu tun, wir reden hier wirklich von großen Positionen, von dem, was auch institutionelle Marktteilnehmer machen, also das, was wirklich richtig was bewegt, ne, ähm, Optionsscheine, ähm, ist eine andere, andere, andere Geschichte, ja, es geht wirklich um die Option, um Terminprodukte, na, also Futures, Optionen und, ähm, also DAX-Optionen und Aktienoptionen, darum geht's zum Verfallstag, so, und das Phänomen am Verfallstag ist wirklich, dass zu diesem fixen Zeitpunkt halt ein bestimmtes Kursniveau darüber entscheidet, ob jemand viel Geld gewinnt oder verliert, das heißt, das ist wirklich der einzige Zeitpunkt im Monat im DAX-Handel, wo Marktteilnehmer versuchen, zu einem bestimmten Tag zu ein bestimmtes Kursniveau zu erreichen, und, äh, natürlich auch für sich selber zu beeinflussen, ähm, das bedeutet, wer kann und zum Beispiel viele Kurs drin hat, der wird natürlich mit Stützungskäufen, wenn ich groß bin, ne, und, äh, meine Optionen, die sollen noch ein bisschen ins Geld, na, dann kaufe ich doch heute statt übermorgen die Position, die ich eh kaufen muss, halt, ne, das heißt, ich begünstige meine Position, jemand, der Absicherungsgeschäfte drin hat, der wird den Teufel tun und jetzt hier noch Großaktienpositionen kaufen, wenn er doch Put auch investiert ist, der krebt sich doch nicht selber ins eigene Fleisch, halt, ne, oder schneidet sich doch nicht selber ins eigene Fleisch, sondern dann hält man das zurück und durch dieses Gemenge hat man immer wieder zum Verfallen einfach ein bestimmtes Marktverhalten, was deutlich auch abweicht von anderen Wochenverhalten, also, ich zum Beispiel für mich nehme in Verfallswochen immer Risiko raus, ne, ich handle in Verfallswochen immer mit kleinerem Risiko als in normalem, weil bestimmte Pattern, bestimmte Muster, die ich sonst immer ganz gut trade, insbesondere über einen Monatswechsel sehr gut traden kann, funktionieren manchmal im Verfall, in Verfallswochen überhaupt nicht, ne, und ich habe mich am Anfang immer gewundert, warum ich immer in der dritten Woche im Monat, ähm, so einen, so einen übelsten Bruch in der Performance hatte, immer wieder meistens die ganzen Gewinne der ersten zwei, drei Wochen abgegeben habe, bis ich dann irgendwann mal angefangen habe, einfach in der Verfallswoche weniger zu handeln und mit weniger Risiko und plötzlich hat sich das erledigt und dann bin ich drauf gekommen, dass es dann im Verfall einfach liegt, dass der Markt dort anders tendiert. Und das ist das, was ihr verstehen müsst, was ihr mitnehmen müsst, welches Niveau, es ist scheißegal, ihr seht eh nicht alles, ihr seht 10% von dem, was tatsächlich da gehandelt wird, wenn wir in die Eurex gucken, das heißt, man wird es nie wissen, wo ist das perfekte Abrechnungsniveau, man kann es nie wissen, weil man eben auch nicht alles sieht, sondern maximal das sieht, was man an der Eurex sich einfach für den öffentlichen Bereich freigegeben angucken kann, ne, und, ähm, das Wichtigere ist, eher zu verstehen, dass wir zum Verfall hin einfach bestimmte Zwänge haben, ne, versuchen Marktteilnehmer, den Markt zu positionieren, zurechtzusetzen, ganz egal, ob das Stillhalter oder diejenigen, die Positionsinhaber sind, ne, jeder hat seine eigenen Interessen, zum Verfall Positionen glattzustellen und dass der, sehr, sehr häufig nach einem Verfall dann auch wieder anderer Wind wehen kann. Das ist das Wichtige. Nicht wo rechnet der DAX 13 Uhr ganz genau ab, das geht nicht, Punkt. Ja, also alles, alle, die euch da was anderes erzählen, die erzählen letztendlich nur die halbe Wahrheit, ich will jetzt nicht sagen, die erzählen Quatsch, aber die erzählen halt nur die halbe Wahrheit, denn den Großteil dessen, des Volumens, das da wirklich abgerechnet wird, das sieht man so gar nicht. Ja, so, Punkt. Ne, für uns bedeutet das, wir gucken, wie sich der DAX jetzt verhält nochmal zum Verfallstermin und insbesondere alles, was danach kommt, ne, also alles, was dann ab nächster Woche kommt, wird nochmal kritisch gewürdigt, weil wir haben das schon sehr, sehr, sehr oft gesehen, dass der Markt wirklich zum Verfallstag nach oben gezogen wird, richtig nach oben gezogen wird und dann wie so eine heiße Kartoffel wieder fallen lässt. Ich erinnere mich an das eine Mal, da war ich mal im Urlaub irgendwann, das muss mal in Juni gewesen sein oder, warte mal, wir müssen gucken, ob ich das jetzt hier so oft nicht schnell irgendwo rausfinde und da hat es wirklich den DAX am Verfall, das hier müsste es sein. Ja, das ist es doch, oder? Juni 2018, das ist bestimmt Verfall gewesen, dann am 15. Juni 2018, gucken wir mal, ob das ein dritter im Monat gewesen ist. Und natürlich jetzt hier, ich könnte natürlich auch oben draufklicken, da wäre ich ein bisschen schneller da, ne, aber so bauen wir ein bisschen Spannung auf, 15. Juni 2018 bin ich mir aber doch ziemlich sicher, dass das war. Genau, das ist der dritte Freitag im Monat gewesen und da hat man das zum Beispiel schön gesehen. Da ist am Tag vorher der Markt einfach nochmal aus in der Range, die jetzt der Seite gelegt hat, zum Verfall hin, ähm, von 12.800 auf 13.200, das ist viel Bewegung gewesen damals, da war ja, das kann man nicht mit der aktuellen Volatilität vergleichen, das war wirklich ein richtig krasser Ausreißer, der Markt hier hin und nach dem Verfall, wie eine heiße Kartoffel ist der Fallen, den haben sie richtig so wie, blaah, was will ich denn mit dem DAX, blaah, ne, einfach wegschmissen, das Ding, so und ich sag mal jetzt, könnte mit unserem DAX ähnliches passieren, ja, also, ich würde schon, wir haben ein gutes Rücklaufniveau erreicht, der kann hier gerne noch ein bisschen was machen, der darf auch noch höher, aber das ist durchaus, das ist von 12.500 kommen, sind wir durchaus auf einem attraktiven Niveau, wo wir auch mal ein bisschen wieder ein paar Tage nach unten gehen könnten und, ähm, das kann er am Freitag einleiten, kann er auch am Montag einleiten. Ich würde nicht drauf bestehen, ne, also, ich, das haben wir, glaube ich, gestern auch schon erklärt, ich würde nicht, wenn der Markt Stärke zeigt, dann da die Shorts reinbauen, das halte ich nicht für, für sinnvoll, wenn der nämlich durchrennt, dann rennt der durch, da haben wir gestern lange genug drüber gesprochen, das, ich erzähle euch jetzt nicht nochmal das Gleiche, aber wir, bis hierhin hat man gesagt, kann er im Zweifel einfach durchrennen, wenn er Stärke zeigt, wir wissen aber auch, die ganzen letzten Verfallstage, die ganzen letzten Verfallstage, war der Markt immer freitags richtig, richtig, richtig schwach, das heißt, haute uns auch zum Freitag jetzt wieder ab, würde ich ihm bis 2,50, 2,20 nochmal so ein bisschen für seine Flagge hier einfach Raum lassen, ne, sollte er zum Beispiel plus tief rein starten, also wirklich nur schwach in den Handel kommen und sich dann zeitlich aufdrehen, dann kann der, dann kann der durchaus bis Montag hier auch noch richtig nach oben Randale machen, nicht bloß 6,60, der kann auch hier oben in die 800 rein, das wäre für den überhaupt kein Problem. Schwacher Start, schnell aufdrehen, früh aufdrehen, nach vor 10 Uhr wieder aufdrehen, nach oben hin, das wäre, das wäre, das wäre, das wäre typisch für den DAX und, ähm, für den Freitag, und dann könnt ihr sich hier hochschieben, könnt ihr das Gap an der 6,60 zumachen und noch eben ein bisschen, bisschen was höher abarbeiten, ja, irgendwie 57, 800 rein, das würde so von der Bewegung her eigentlich ganz stimmig dann aussehen. Solltet ihr aber unter 2,50, insbesondere unter 2,20, 200 wegkippen, dann würde es sich aus der Flagge natürlich rauslösen und dann geht es hier erstmal auf den Gap los, haben wir auch gestern drüber gesprochen, 13,99 und wenn das gemacht ist und der dann hier steht, könnte er davon ausgehen, dass der Montagdienster auch noch ein bisschen was hinterherkommt, ja, also wäre in dem Sinne eigentlich, könnte man sagen, 2,20, 200 ist so ein bisschen der Short-Trigger und oben als Long-Trigger eigentlich tiefer starten und dann hochdrehen, das wäre Long-Trigger, ne, wenn er sich oben aus der Flagge rauslehnt, da muss er über 4,50, 4,80 muss er schon drüber, dass er die Flagge ein bisschen aufgebohrt kriegt und dann, ja, 6,60, 8,50, das ist alles erreichbar, ja, was dazwischen passiert, pff, würde ich mich jetzt nicht zu sehr verkämpfen, kann halt auch dann wirklich zur Seite gehen, das ist am Donnerstag den ganzen Tag zur Seite gelaufen, da brichtet sich auch kein Ab, wenn er dann Freitag zur Seite läuft, ne, also deswegen wirklich gut auf die Trigger-Punkte gucken, ähm, bleibt er hier einfach drin stecken in der Range, dann lass was denn da machen halt, ne, dann vielleicht einen Oszillator holen oder was, irgendwie noch ein bisschen seitwärts handeln, Long ist für mich interessant in dem Abschnitt, ne, alles was hier oberhalb liegt, bis, bis hier oben raus dann so, Short ist interessant für mich von hier bis da, ja, also wirklich so von 200 bis runter auf den Gap-Close dann einfach hier, das ist ja auch interessant und vor allen Dingen, das wird ja nicht alles bleiben dann, da kommt sicherlich Montag, Dienstag dann auch noch was hinterher, ähm, da muss man nicht zwingend hier schon drin sein, da muss man auch nicht hier drin sein, und es reicht vollkommen, wenn man den erstmal anfallen lässt, ja, und wer kann ich eigentlich nicht mitgeben, ne, mir war das bloß wichtig, weil es wurde wieder ganz, ganz, ganz oft angefragt, macht ich mir den Verfall, wo rechnet dann ab und wo kann man das denn einsehen und, ach, aus Erfahrung der letzten Jahre, wirklich der letzten Jahre, ist es nicht zuverlässig prognostizierbar, wo der Markt genau abrechnet, und deswegen machen wir das auch gar nicht mehr, ne, wir können natürlich immer große Marken nennen, können sagen, 14.500 ist hier die wichtige Marke für den, für den Abrechnungskurs, ja, und wenn er dann 500 Punkte davon wegsteht, dann sagt man, bäh, und deswegen lassen wir, wir lassen es einfach weg, ne, Punkt, mir ist nur wichtig, dass er das versteht, dass einfach ein Zwang da ist, dass der Markt anders zentiert, anders handelt, und wenn man das einfach ein bisschen, ein bisschen rücksichtigt, hat man viel, viel, viel mehr gekonnt, als wenn man, als wenn man, äh, als wenn man da wirklich jetzt versucht zu ergründen, wo das perfekte Abrechnungsniveau ist, ne, weil insbesondere nach dem Verfall, das, guckt, guckt, macht euch mal die Mühe am Wochenende vielleicht, ne, wenn ihr sagt, okay, habt ihr nichts Besseres vor, macht mal ein bisschen Training selber, ne, nehmt euch mal einen Chart, nehmt euch mal so wirklich den Tagesschart über Jahre, irgendwie so fünf Jahre rauspicken, und dann tragt man die ganzen Verfallstermine ein. Ihr werdet ganz, ganz oft sehen, dass das markante Hoch- und Tiefpunkte sind. Übrigens, ne, Corona-Tief, erinnert euch, hab ich euch auch gesagt, März-Verfall, wo ist es denn? Halt, so ein Tagesschart, hab ich euch auch gesagt, Freunde, es ist, März-Verfall geht davon aus, dass der bis in Juni, die, ihr erinnert euch noch, die, die da waren, die haben das, die haben es noch im Ohr, haben wir gesagt, ähm, März-Verfall geht davon aus, dass der bis in Juni-Verfall jetzt nach oben gehen kann, und Verfall war hier. Ja, das ist der Verfallstag gewesen. Das ist fast das absolute Tief gewesen, und dann ging es erstmal wieder hoch bis in den Juni-Verfall rein. Ja, und das sind, das sind immer wieder so Sachen, wo ich sage, das muss man beachten, nicht das Abrechnungsniveau suchen. Einfach von der Harmonie, von den, von den Drehungen, ähm, einfach immer wieder vor Augen halten, dass der Markt auch einfach von Verfall zu Verfalltermin diese Zwänge abarbeitet, halt, ne, und, ähm, deswegen durchaus größere, markantere, hohen Tiefpunkte an Verfallstagen entstehen können. Das ist wichtig, das muss man verinnerlichen, aber nicht jedes Mal da das perfekte Abrechnungsniveau suchen, da tut man sich einfach kein Gefallen mit, halt, ne. Und deswegen nehmen wir das jetzt hier mit, am Freitag ist Verfall, das heißt, nächste Woche wird unheimlich interessant, äh, weil ich muss, da muss ich mich wirklich jetzt am Samstag, wir machen bei uns im Primmendienst immer ein Webinar, muss ich mich echt zusammenreißen, dass wir unter, unter, also das würde ich zwei Stunden einhalten, weil da kann man jetzt so schön weganalysieren, das könnte ich auch drei Stunden Webinar für machen, also da muss ich wirklich tolle zusammenreißen, noch dazu die ganzen US-Aktien, die wir da im Blick hatten, oh, da ist so viel los, auch China, ach, da werden wir wahrscheinlich noch eine Stunde extra mit reinbuchen. Ja, ne, also das ist mir wichtig, Punkt, Aus, Ende, können wir zumachen, ähm, das wollen wir bloß wichtig mitzugeben, die Futures verfallen, ähm, 13 Uhr, die amerikanischen Titel verfallen 21 Uhr wegen Sommerzeitumstellung, die, äh, DAX Optionen auf, ne, die Optionen auf, ja doch, die Optionen auf den DAX und auf den, auf den, auf die Aktienoptionen im DAX, das ist, glaube ich, dann 17,30 dran. Ne, wir haben noch den MDAX, der ist auch noch eine Stunde versetzt, ich weiß nicht, gar nicht, ob 12 Uhr oder 13, 15 Uhr, das war irgendwie ein bisschen versetzt gewesen, aber da ist er jedenfalls den ganzen Tag bis, bis eigentlich 21 Uhr, kann man sagen, ist, ähm, noch Verfallszwang, auch durch die Amerikaner halt, und dann wird der Montag halt wirklich spannend, ne, wie bewegt sich der Markt in der nächsten Woche nach dem Montag. Gucken wir uns dann am Sonntag nochmal an für die Analyse für den Montag, hier jetzt einfach nur eben ein paar extra Worte wegen dem Verfall, und, ähm, auf untergeordnete Ebene, ist ja unverändertes Bild, ne, das heißt, das, was ich gesagt habe, drückt sich oben aus der Flagge raus, habe ich den Gap-Close und hier 57, 800 hier im Blick, und geht da unten unter der 200 raus. Dann eben hier auf den Gap-Close, ne, also Gap-Close oder Gap-Close, nicht, wo geht er raus. Gut, ich mache hier aus, wünsche euch Spaß, schönes Wochenende, tschüss! Gap-Close